In den Kommentaren von meinem letzten, aufwendigeren Video hatten viele gesagt, dass es einfach zu viel des Guten war mit den Effekten etc. Ich habe mich diesmal zumindest versucht zurückzuhalten. Deshalb möchte ich euch einfach mal ganz kurz fragen, ob das jetzt besser war als vorher. Schreibt mir dazu einfach mal bitte was in den Kommentaren, ob es immer noch zu viel war, ob es durchaus ein bisschen mehr sein kann oder wie ihr das einfach findet. Das wäre super nett. Vielen lieben Dank. Allombrez, ma mo que ma falle, ma blé espanol, ni se couto como ya estás. Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. Bruder, du spammst mich mit dem Bogen, der keine Damage macht. Du bist schon grad ein Skiller unter den Skillern, würde ich sagen. Ja, also der ist schon ein Gantenboy. Ich kann auch mit Ruck spielen, wenn du Bock drauf hast, aber ich glaube nicht, dass ich halt so gut für dich... Auswirken würde. Ähm. Ähm, ja. Oder als ob ich gegen so einen Lappen verliere. Ja, ich habe heute aber auch kein Thema anzusprechen. Ähm. Ja, ich mache einfach mal wieder ein Video. Ja, ich weiß, das wäre krass. Ähm. Also, dieser Moment, wenn du dir nicht so sicher bist, ob wir Juni oder Juli haben. Das ist schon ein bisschen sad, muss ich sagen. Ja, ähm. Also, ich habe halt, ähm. Gerade irgendwie kein krasses Thema anzusprechen. Ja, ähm. Das wird dann wahrscheinlich auch schon wieder der letzte Fight werden. Einfach. Das soll jetzt kein allzu aufwendiges Video werden auch. Ähm. Also klar, es wird nicht sowas. Ich werde die Runden einfach nur ein bisschen aneinander cutten und... Nice. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich übelst, ähm... Darüber freuen, wenn ihr like. Abo, etc. Drop. Ähm. By the way, ihr könnt mal gerne meinen Twitch-Haus checken. Da kommen... In der Zwischen komme ich nicht mehr so aktiv, weil ich in letzter Zeit viel mehr CS-Spiele. Aber da kommen irgendwie so... Drei, vier Mal die Woche kommt... Ja, nicht gerade. Aber ein, 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 zwei, drei Mal die Woche kommt at least ein Stream. Macht da einfach eine Benachrichtung an, dann werde ich immer benachrichtet, wenn ich... Perfekt. Wenn ich streamen, bis dann. Ciao.